Hi, in dieser Folge stelle ich euch das Kino von Spongebob vor. Hallo. Ah, hi. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, siehste. Was war das jetzt? Ich weiß auch nicht. Hab ich verpasst? Nehmen wir schon auf, sind wir schon dabei? Ja, wir sind schon voll dabei. Nehmen wir schon auf? Ja, hi. Komm, geil, wir gehen ins Kino, komm. Hast du das gebaut, das Kino? Klar, was ist denn sonst? Alleine aber, ich betone alleine. Ah, ja, natürlich. Ganz alleine. Also hier hab ich die Kasse gebaut, ne? Ja, glaub ich. Die Snackbar. Ja. Gehst du mir auch was an? Hier, krieg ich ein bisschen Popcorn und sowas. Ja, okay, warte, Entschuldigung, Popcorn hier. Bisschen Popcorn. Ich hab gar nichts. Hier. Hier, wuff. Da ist es. Da, ganz viele kleine Popcorn. Achso, war Licht war das. Ja, ich suche mir das mal zusammen. Hm? Das war Licht, ja. Das war Licht war das? Achso, sowas kenne ich noch gar nicht. Was ist gerade eine neue Welt für mich? Hallo? Ist dunkel, Lottok. Kannst du das wieder Licht einmachen? Ja, ja. Die Sartoff. Der Bank ist dunkel. Okay. Gut. Ich folge dir unauffällig. Erklär uns das mal bitte, was hier so abgeht. Ja, wir sind ja hier im Kino von Spongebob auf der Play Sample Welt. Wer ihn natürlich hier nicht kennen sollte. Ja, mal sehr ein, äh, ja, sehr spontanes Video, wie immer, ne? Bei uns. Ja. Und ich habe ja gar nicht gesagt, jetzt hier zum Anfang des Videos, wie kann man denn sowas hier auch schönes basteln. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung, wie ihr natürlich dieses schicke Kino euch basteln könnt. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir die Tour und ich blende euch wie immer die Bilder ein, von der Folge und sowas. Und der Play bewundert gerade diese schöne Deckenmalerei. Klar. Schick, ne? Ja, schickerle. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir los und zwar gucken wir uns mal die Toiletten an, oder? Alles klar. Wo Spongebob ja mit, äh, Patrick, äh, jubelt haben, dass sie stinken, ne? Ich hoffe, du hast den Deckel hochgeklappt, ne? Och, was? Ich habe ja klar mit den Deckel, oder was? Oh, Mann, ey. Geh mal auf so, oh, die rottet. Oh. Oh Gott, oh Gott. Bro, was machst du, wenn ich auch mit dem Kno, oder was? Die hier auf meine Toilette rauskriegen. Das ist ja unermöglicht. Pfui. So meine Hände waschen. Oh Gott, oh Gott. Ja, gehen wir mal lieber raus hier, ne? Also, ich glaube... Reinsetzen hier, du. Du hattest bestimmt ein bisschen was von seinen Eisbächern, ja? Ja, das war ein bisschen, ne? Ja, das war. Okay, dann gehen wir mal in den Kinosaal. Blup, da sind wir schon drin im Kinosaal. Uh. Was soll man zum Kinosaal sagen, ja? Ja, wir könnten den Film gucken. Warte mal, ich will auch hinten sitzen. Hinten sitzen mal die Kuhisten. Ich will den gucken, äh... Ja, jetzt will ich's gucken. Ja, was gucken wir denn für einen Film? Ja, was hast du dann reingelegt? Äh... Ja, ich hab... Ich weiß gar nicht, welcher Film da gelaufen ist in der Serie. Irgendwas mit der Anka oder der Heinkar von Menka oder sowas. Der Bootsmann oder irgendwas war das? Ah, nee, war nicht in der Folge. Das war eine andere Folge, schuldig. Wir haben mich verdahren jetzt. Das ist doch eine kurze Folge. Das ist ein kleines Kino. Was erwartet man denn? Was willst du ja... Was spontan ist? Damit die Leute nur sehen, wie das innen drin aussieht. Was willst du erwarten, ne? Das ist jetzt nicht hier, äh... Die... Eine Villa oder so, ne? Das ist ein Klo, Kino, fertig. Schlicht gehalten. Spum, Spum, Style. Ja, von außen klein in groß, ne? Wie man's kennt. Aber man kann sehen, man kann's einrichten. Es ist möglich, ne? Ich sag mal, isst du schon wieder was von seinen Eisbechern? Ja. Was stehst du vor der Tür? Was... Geh vor der Tür weg. Ich steh ja gar nicht vor der Tür. Du stehst vor der Tür. Ich seh doch die Schrift. Siehst du gar nicht? Ja, siehst du sie nicht. Wenn einer groß am Kacken ist, oder was ist das so? Ey, Fui, mach die Tür zu. Wolltest du ein Schoko-Eis? Wolltest du ein Schoko-Eis holen? Jetzt, wo du auf Toilette passt, nein. Ich möchte kein Schoko-Eis holen. Komm, du kriegst ein Schoko-Eis. Nein. Oh, Mann, oh, Mann. Eine Eisdiele gibt's hier gar nicht. Siehst du, eine Eisdiele müsste man noch bauen, ne? Obwohl, ne, du hast doch eine Eisdiele gebaut. Da hinten, den Dings-Dings. Ja, das heißt, Goofy-Gobbers. Und wie ich das schon so sehe hier drin, das ist noch nicht ausgebaut. Und das könnte, ja, ein neues Projekt von Hotdog sein. Du hast vergessen, das schneide ich raus. Neues Projekt von Hotdog. Alle bitte betonen alle und dann unterschreiben, ja, wir wollen das Projekt von Hotdog. Ja, Feli, glaubst du, ich glaube, das drin ist. Du bist Wuppe, ausgeschnitten. Wie ein Traumusnüschen. Ja, davon träumst du nachts. Was haben wir noch hier für Hotdog? Fitnessraum, nicht ausgebaut. Hotdog-Mission, alles klar. Ey, wir haben so viele Sachen, die Hotdog bauen können. Pullis-Zeit-Station, nicht ausgebaut. Hotdog-Style. Ja, aber komm, 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 guck mal hier. Du hast dir damals noch mit Wolle gebaut. So was könnte man noch eigentlich mal hier überarbeiten, ey? Alles mal überarbeiten so ein bisschen. Ja, überarbeiten mal mit ein bisschen Dings. Da brauchst du ja noch was drüber klatschen. Fertig, ich wollte drunter klatschen. Wenn ihr Interesse habt, dass wir ein bisschen was von Spongebob bauen, dann müsst ihr mal zum Play rüber gehen und mal unter seinem Spongebob schreiben, was ihr gerne hättet von Spongebob. Und dann würden wir uns da mal ran setzen. Er kriegt ein bisschen Unterstützung von mir. Na, ich wäre ja dafür, dass wir mal Handschuhwelt bauen. Ihr seht ja, da hinten ist schon Handschuh, aber da kommen wir noch nicht so ganz in die Gang damit anzufangen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Druck machen, dass wir mal Handschuhwelt beginnen. Ich weiß ja nicht. Ja, ja, ja. Ja, ansonsten, das waren natürlich TheRefs, das Kino bei Spongebob. Ja, und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr bei Spongebob sehen wollt, dann müsst ihr mal zum Play rüber gehen. Wie gesagt, er ist unten überall verlinkt. Und dann schreibt mal rein, was ihr wollt. Und dann würden wir uns da in der Zukunft heransetzen und dann kommen da ein paar Spongebob-Folgen. Möchtest du noch irgendwas sagen, ihr Leuten? Ja, es hat mich gefreut, euch mal kennenzulernen, die Community von Hotdog. Ja, wir müssen mal öfter ein paar Videos machen, dann sind wir ein bisschen eingespielter. Ja, und ich fand das Video sehr spontan von Hotdog und es war es schon wieder. Tschüss, auf Wiedersehen. So du mir, so ich dir. Ja, wo bist du denn hingeflattert? Komm mal wieder zurück zum Kino. Müssen wir doch noch auf Wiedersehen sagen. Ich stehe doch immer noch hier. Ey, wo stehst du? Offiziell, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, wir müssen sogar Safety hinstellen. Safety hinstellen. Selfie machen? Machen wir ein Selfie? Machen wir ein Selfie-Foto. Geht das? Wollen wir ein Selfie machen? Ja, geht. Warte. Lächeln. Gut, dann haben wir auch ein Selfie gemacht. Ich verschicke es an alle, die das Video jetzt nicht angeguckt haben. Und ansonsten stehen wir irgendwo Selfie und dann haut sie rein. Und ja, tschüss. Tschüss. Entschuldigung, ein hässlicher Schwamm muss hier durch. Die Leute respektieren Selbstbewusstsein. Hallo, ich bin ziemlich hässlich. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Spaß bei dem Film. Rats playboybumps. Tschüss. Wow. Die Leute